In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst, oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat, es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, geh und wasch dich im Teich Shiloach. Shiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere meinten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da fragten sie ihn, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir, geh zum Shiloach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte sehen. Sie fragten ihn, wo ist er? Er sagte, ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen, dann wusch ich mich und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten, dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen, da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete, er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie die Eltern des Geheilten und fragten sie, Ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten, wir wissen, dass er unser Sohn ist und er, dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt doch ihn selbst. Er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten, denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Messias bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt doch ihn selbst. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm, Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Sie fragten ihn, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn, du bist ein Jünger dieses Menschen, wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mann antwortete ihnen, darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete, wer ist das Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm, du siehst ihn vor dir, er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus, um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies und sie fragten ihn, sind etwa auch wir blind? Jesus antwortete ihnen, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen, darum bleibt eure Sünde. Brüder und Schwestern in Christus, dieses lange Evangelium erzählt sehr vieles. Also das Offensichtliche, einem Blindgeborenen hat Jesus die Augen geöffnet, sodass er sehen konnte. Aber da gibt es sehr viel mehr an Inhalt. Dazu gibt es auch reichlich Kommentare. Wenn es jemanden interessiert, lest in der Bibel nach, schaut euch das an. Da geht es um die Frage, wer Jesus ist, um die Frage, wie man den Sabbat heiligen soll, um die Frage, was der Messias zu tun hat und so weiter und so fort. Ich möchte mich heute dem zuwenden, was ganz am Anfang dieses Evangeliums gelesen wurde. Jesus trifft diesen blinden Menschen und daraufhin fragen seine Jünger ihn etwas. Und diese Frage ist, da liest man sehr schnell drüber, aber die ist sehr wichtig. Sie fragen ihn, Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Klar ist, dahinter steht die Überzeugung, für die eigenen Sünden oder für Vergehen, wie man es auch nennt, wird man bestraft. Und wenn nicht ich, dann meine Kinder. Das ist diese Überzeugung, die dahinter steht, bei den Jüngern Jesu. Deswegen fragen sie ihn, warum ist dieser Mensch blind? Hat er selber etwas Schlimmes getan? Oder vielmehr, weil er von Geburt an blind ist, haben seine Eltern etwas Schlimmes getan und deswegen wurde er mit der Blindheit bestraft? Und klar, das ist eine Vorstellung, die im Alten Testament sehr oft uns begegnet, auch zur Zeit Jesu. Ja, das liegt weit in der Vergangenheit. Das stimmt nicht. Diese Überzeugung tragen sehr viele von uns mit. Vielleicht nicht so sehr ausgeprägt, aber doch irgendwie. Heute wissen wir also, dass bei manchen Krankheiten, dass man doch auf das zurückführen kann, was die Eltern gemacht haben. Jetzt vor, also diese Woche, glaube ich, ist eine Studie rausgekommen aus Maastricht, wo das nachgewiesen wurde, wo das durchgehende Rauchverbot eingeführt wurde. Da ist die Frühgeburtenratte um 10 Prozent gesunken. Also das hat schon einen Einfluss, wie die Eltern leben darauf, wie die Kinder dann leben können. Keine Frage. Aber das wussten die Jünger Jesu nicht. Und das ist auch nicht das, was uns hier interessieren sollte. Sondern diese schlichte Frage. Das, was ich tue, also die schlimmen Dinge, werde ich dafür bestraft? Oder werden meine Kinder dafür bestraft? Oder nicht? Das ist nicht so belanglos. Erst vor ein paar Tagen hat mich ein Vater eines Kindes, das Kind ist 10, ein Junge, gefragt, der hat eine kleine Behinderung. Und der hat wirklich ernst gefragt, ganz verzweifelt, warum hat Gott das so gemacht? Warum ist mein Kind krank? Und das ist eine Frage, die nicht so belanglos ist. Weil es geht nicht nur um die Kinder, aber um vieles, was in uns steckt. Jeder von uns trägt mit sich einen Mangel irgendwo. Manchmal ist es offensichtlich, eine Behinderung oder etwas anderes. Manchmal ist es tief in uns versteckt und wir sind uns dessen nicht einmal bewusst. Aber jeder von uns spürt ab und zu, dass mir etwas fehlt, was ich eigentlich haben wollte. Und ich kann es nie im Leben erreichen. Das ist das, was hier angesprochen wird. Warum hat mich Gott nicht so reich beschenkt? Er könnte es ja tun. Er hat es nicht gemacht. Warum ist das und jenes in meiner Familie passiert? Warum kann mein Bruder und seine Frau keine Kinder kriegen, obwohl sie sie wollen und höchstwahrscheinlich gute Eltern wären? Warum ist meine Cousine gestorben, frage ich mich, mit 20? Warum hat Gott das zugelassen? Schaut in euer Leben, ihr findet genug. Sie sind unangenehme Dinge, die man im Alltag ausblendet und das ist auch gut so. Man muss sich damit nicht ständig beschäftigen. Aber heute lädt uns Jesus dazu ein. Schau auf dein Leben, wo du so einen Mangel hast. und schau, was in dir dazu sich in Bewegung setzt. Sehr oft ist es so eine Frage, wie diese Jünger stellen. Warum? Warum eigentlich ich? Musste es sein? Ich versuche, ich bemühe mich, ein guter Mensch zu sein und Gutes zu tun. Warum ich? Warum hat es mich getroffen? Und die Antwort, die Jesus auf diese Frage ergibt, ist folgende. Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wieder so eine Antwort, die eigentlich keine ist. Was ist das schon für eine Antwort? Kurz gesagt, das ist ein Geheimnis. Wir wissen das nicht. Gott weiß es, aber wir wissen das nicht. Wenn man genau hinschaut, ist es doch eine Antwort, die auch für dich und für mich einen Sinn ergeben kann oder einen Sinn geben kann. Jesus sagt klipp und klar, Gott straft keinen Menschen für seine Sünden. Das ist das, was Jesus hier sagt im ersten Satzteil. Weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Damit ist gemeint, Gott straft nicht. Punkt. Ende der Geschichte. Auch wenn viele Theologen was anderes behaupten würden, so steht es in der Bibel. Und ich vertraue eher dem Wort Gottes als irgendeinem Theologen. Möge er noch so groß und ehrenwert sein. Gott straft keinen Menschen für irgendetwas. Das ist das Erste. Warum dann Schlimmes in der Welt geschieht, das ist eine ganz andere Frage. Meistens sind wir dasselbe schuld. Nicht immer. Manchmal sind es andere oder die Umstände. Gott soll man dafür nicht in Verantwortung ziehen. Er hat uns die Welt völlig überlassen. Er nimmt da wirklich wenig Einfluss. und warum ist die Frage, warum es dieses Schlimme, dieses Böse, diesen Mangel, diese Behinderung in meinem Leben gibt. Warum habe ich nicht das, was ich gerne gehabt hätte? Warum ist in meiner Familie so etwas geschehen? Oder bei meinen Freunden oder mir selbst zugestoßen? Warum? Damit das Wirken Gottes an dir offenbart wird. Das ist jetzt ein bisschen hoch gesagt, was Jesus hier zu seinen Jüngern spricht. Die haben es nicht verstanden. Also die haben erst was verstanden, als er gestorben ist, auferstanden. Der Heilige Geist ist auf sich herabgekommen. Dann haben sie es kapiert. Aber da haben sie nichts verstanden. Also wenn im ersten Moment du nichts verstehst von dem, was Jesus sagt, keine Sorge. Er gibt schon auch den Heiligen Geist, damit du es verstehen kannst. Das Wirken Gottes soll an dir offenbar werden. Was heißt das jetzt? Das heißt nichts anderes, als dass diese Mangel in deinem Leben, was es auch ist, dein Weg ist, deine Berufung ist. Wie du damit umgehst, also die schlimmste Wunde, die du in dir trägst, wie du mit dieser Wunde umgehst, daran wird sich zeigen, ob du Christus nachfolgst oder nicht. Ob du ihn in dein Leben einlässt oder nicht. Er hilft. Da ist Gott wirksam. Wenn man ihn einlädt, dann hilft er, er begleitet und er bewirkt es auch in uns, dass diese Wunde eine Narbe bildet, dass es etwas ist, was in uns bleibt, aber uns nicht mehr behindert. Aber Gott, das ist nicht gemein von ihm, dass er jetzt dich verletzt hat, haben wir, ich habe schon gesagt, Gott straft für nichts. Er hat es zugelassen, dass diese Wunde in deinem Leben ist, aber er lädt dich dazu ein, lass mich in dein Leben hinein und lass es dir zeigen, wie du damit glücklich werden kannst, mit dem, was am Schlimmen in deinem Leben passiert ist, wie du das zu deinem Weg machen kannst, das zeigt sich am einfachsten an Eltern, die ein behindertes Kind zu pflegen haben. Wenn ich mir die, also ich kenne etliche Familien, das ist eine Belastung, sehr oft eine sehr große Belastung, manche Eltern scheitern daran, kläglich, das ist auch die Wirklichkeit. aber es gibt genug Eltern, die es entdecken, in diesem behinderten Kind, das mir geschenkt wurde, da finde ich mein Glück. Und wenn ich mir die Eltern anschaue, die schon 60, 70 sind und immer noch das eigene Kind pflegen, weil es nicht anders geht, diese Liebe, die da ist, die wünsche ich jedem in jeder Familie. An diesen Beispielen kannst du sehen, du hast sicher Bekannte, an denen du das sehen kannst. Diese Wunde, die dir irgendwo im Leben zugefügt wurde, dieser Mangel, diese Behinderung, die du hast oder die dich belastet, die kann dich auch zu einem unglaublichen Glück führen. Lass dich nur von einem Begleiter, der weiß, wie das geht, von Jesus Christus. Lies in der Bibel, schau dir an, was er zu sagen hat. Kannst auch im Katechismus lesen oder in verschiedenen anderen Dingen. Da wird vieles erklärt, wie Gott es mit uns meint und er wird dich zum Glück führen, lass es nur zu. Und Gott ist auch ein ziemlich gescheiter Psychologe, er hat uns alle geschaffen, der weiß, wie das ist. Er wendet damit unseren Blick von dem ab, was uns belastet und richtet ihn auf das, was wesentlich ist. Also nicht, dass ich jeden Tag darüber klage, wie es mir schlecht geht, sondern, dass ich jeden Tag überlege, wie ich damit fertig werden kann, wie kann ich mein Glück hier finden, trotzdem, dass ich sowas habe oder weil ich sowas habe, letzten Endes. Lass dich in deinem Leben da begleiten, wo es dir wirklich um den Elend geht, wo du es nicht verstehst, warum es so ist. Ich möchte sogar behaupten, Gott weiß es auch manchmal nicht wirklich, aber er weiß, wie du aus diesem herausgeholt werden kannst, um zum Leben geführt zu werden. Amen. Vielen Dank.